Ich zeige Ihnen jetzt, wie das in einer Lage kocht wird, damit Sie es zu Hause nachkochen können. Wir beginnen jetzt mit der Zubereitung unserer Linsensuppe. Die kann man ruhig am Tag vorher schon mal machen, dass die ein bisschen durchziehen kann, da schmeckt sie besser. Da hat man es dann abends auch nicht mehr so schwer, da kann man die dann einfach warm machen und dann seinen Gästen servieren. Dazu setzen wir erstmal unsere Linsen zusammen mit einer Rinderkraftbrühe auf dem Herd an. Die müssen eine ganze Weile kochen. So, je nach Linsensorte, die man verwendet, sind es 20 bis 30 Minuten. Wenn wir ein schönes rauchiges Aroma reinbekommen, machen wir Baconwürfel dazu. Es ist ja nichts weiter als geräucherter Bauchspeck. Da haben wir ein bisschen Rauch. Indem wir jetzt den Bacon fein gehackt haben, nehmen wir uns die Zwiebel. Ich habe hier mal eine rote genommen. Das hat aber nichts weiter zu sagen, wenn man das möchte, kann man da auch lieber weiße nehmen. Dann nehmen wir noch den Lauch. Den legen wir uns ein bisschen extra, den machen wir ein bisschen später dann in die Pfanne rein. Damit wir uns bei Möhre und Sellerini die Finger mit dem Messer bunt arbeiten, nehmen wir mal die Reibe. So, und dasselbe machen wir jetzt noch mit dem Sellerin. Dann geben wir das gemeinsam in die Pfanne. Ich habe jetzt bewusst kein Öl vorher in die Pfanne gemacht, weil wir ja den Bacon haben. Und der gibt eine gewisse Menge Fett ab und es reicht, um das in der Pfanne anzuschwenken. So, die Linsen haben wir jetzt schon eine Weile gekocht. Jetzt können wir das, was wir hier vorbereitet haben, zugeben. Die Möhren und der Sellerie sind relativ zügig fertig, da wir die ja nur gerieben haben, da sind sie nicht so groß. Und wenn wir die jetzt noch mal kurz mit aufkochen, können die ihren Geschmack ein bisschen mit in die Linsensuppe eingeben werden, aber nicht pappend weich. Und dann können wir das Ganze vom Herd runterziehen und aufs Anrichten warten. Wenn wir das Ganze jetzt süß-sauer haben wollen, wie in der Kreuztanne, geben wir noch einen Schluck Essig dazu und schmecken das Ganze dann noch mit Zucker und Salzpfeffer ab. Und schon hätten wir das erste von neun Bestandteilen eines Neunerlei fertig. Und dann können wir das erste von neun Bestandteilen eines Neuner als 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 Neuner.